wir haben gerade eine mega coole kissen angefangen und dann dachte ich so warum küsst ihr es nicht auf youtube und dann haben wir auch gefilmt und ja machen eine kleine kissenschlacht und ja heute könnt ihr noch auf das video warten 3 uhr nacht challenge die er die erste von uns wir hoffen die wird auch oder die spinner für die challenge 3 uhr machen wir auch heute nacht und ja viel spaß bei uns hier bei der kissenschlacht ich habe das steckte geschoben Oh, Schatz! Nein! Ah! Hat er schon den Daddybären? Okay, nicht. Elia, stopp! Auf Elia! Oh, Schatz! Den Daddybären! Du hast ihn doch nicht getroffen! Nein! Nein! Nicht überwerfen! Ja! 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 Das ist auch nicht bei mir! Pink! Lesbe Unicorn! Nein! Ja! 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 Ich hab's auf dich geworfen! Ha! 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 Okay, ein Hund! Ha! Nein, wie dein Hund! Nein! Nein! Meine nächste Chance für den Teddybär! Schatz ab! Okay! Okay! Jetzt können die Teddybären! Elia, nein! 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 Ja! 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 Elia, sieh man mich? Ich! Ich sieh nur deinen Körper! Ah! Wieso einfach nicht die Kamera aufstehen, dass man mich sieht! Na! So! So! So muss ich irgendwie hier machen! Und so! Sieh nur mit deinem Körper! Oh nein! Wieso? Wir haben ein Problem, wir können die Kamera nicht aufstehen! Ja! 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 Jetzt sieh den! Okay! WTF? Wir bereiten uns mal vor! Wir haben gerade ein Time-Out! Elia, man sieht nur deinen Körper! Geh nach hinten! Ach, ist mir auch schon schliessig! Ja! Ich bin viel zu hinten! Nein! Ja! Jetzt passt es! So! Wir bereiten gerade unsere Kuschelsachen vor! Zum echten Kampf! Jetzt werfe ich dich! Okay? Hä? Okay! Ha! 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 Oh, shit! Du hast dich Trekker angefallen! Nein! Ha! Oh mein Gott! So, also. Haaa! Und dann lasse ich... Was soll denn in die Kamera? Werf mal so in die Kamera rein! Jaaa! Was ist das? Ah! 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 Verlacht nicht den Bären! So, ich fahr jetzt den da! Haaa! Hey, nein! Das ist unfair! Hey, du wirfst mich! Nein, ihr Lieb! Das ist unfair! Sie ist unter dem Tisch! Hallo, ich bin wiedergekommen! Hey! Ey! Das ist gemein! Du darfst nicht so mal kommen! Ah! 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 Voll die Raupe! Ah! 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 Was für Lea reicht es dir? Nein, Lea! Nicht weg! Voll die Bären! Ich bin die Königin von allem! Und jetzt kommt der Bär zu mir! Haaa! Ich hoffe, das Video hat euch gefallen! Und ihr könnt euch über das Video lachen, denn das war das Ziel des Videos! Das war ja nur wie ein Party! Albina übernachten! Und schaut bitte in den Kalis! Ob ihr mit eurer BFF oder eurem Familienkal oder so auch gerne Pyjama Party oder Kissen schlechte macht! Das ist einfach das allercoolste auf der ganzen Welt! Und bis zum 3 Uhr Nachts Video! Bye! Bye! Bis zum nächsten Mal.